Ein deutsches Märchen Die vier Mädchen und der König Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein König namens Janus. Er war dafür bekannt, schon in jungen Jahren viel erreicht zu haben. Tagsüber traf er sich mit seinen Ministern. Aber das langweilte den jungen König. Das Leben außerhalb der Mauern interessierte ihn sehr. Und so ging er abends heraus, verkleidete sich und suchte nach Abenteuern, an denen er sich beteiligen konnte. Eines Tages, als er herumschlenderte, sah er vier Mädchen sitzen und reden. Diese Süßigkeiten schmecken atemberaubend. Gibt es nichts, was besser schmeckt? Nun, ich denke schon. Ich denke, der Geschmack von Fleisch ist der beste. Das kann nicht sein. Ich denke, Milch schmeckt am besten. Milch? Was ein Baby! Nichts kann süßer schmecken als die Liebe. Hm, was denkst du, Darla? Ich denke, der Geschmack von Verstand ist der süßeste von allen. In diesem Moment kamen die Väter der Mädchen und nahmen sie mit nach Hause. Der König wartete und sah zu, bis er wusste, wo die vier Mädchen lebten. Dann ging er zu jeder ihrer Türen und markierte sie mit Kreide. Am nächsten Tag rief er nach seinem Minister. Bring mir die Besitzer der markierten Häuser in der Nähe der Königsgärten zu mir. Ich muss mit ihnen sprechen. Der Minister ging und fand schon bald die vier Häuser. Er brachte die Besitzer bald zum König. Willkommen! Haben Sie vier Töchter? Ähm, ja, euer Hoheit. Wären Sie dann so freundlich und würden Sie zu mir bringen? Die Väter sahen sich etwas besorgt an. Eure Hoheit, bei allem Respekt. Es wäre nicht richtig, junge, unverheiratete Mädchen in den Palast zu senden. Keine Sorge, ich versichere Ihnen, dass Ihre Töchter gut versorgt werden. Der König steckte eine Kutsche mit geschlossenen Vorhängen, sodass niemand erfuhr, dass die Mädchen den Palast betraten, was den Vätern dann doch ganz gut gefiel. Die vier jungen Mädchen warteten in einem Raum. Sie wurden nacheinander hereingerufen. Hallo! Guten Tag, eure Hoheit. Warum haben Sie mich gerufen? Nun, ich habe dich gestern Abend mit deinen Freunden sprechen hören. Über was habt ihr geredet? Oh, nichts über sie, mein König. Das weiß ich. Hab keine Angst. Du hast etwas über Fleisch gesagt. Oh, ich habe nur gesagt, dass der Geschmack von Fleisch der Beste ist. Verzeihung, eure Hoheit, aber dieses Mädchen gehört zu einer Familie, die nicht einmal Fleisch isst. Sie sind Vegetarier. Was? Wie kannst du dann sagen, dass der Geschmack von Schmack gut ist, wenn du es nicht probiert hast? Nun, es stimmt, in meiner Familie isst keiner Fleisch. Aber ich habe gesehen, dass wenn Fleisch gekauft wird, es vollständig verwendet wird und nichts verschwendet wird. Sogar der Knochen wird von den Hunden sauber gekaut. Danach benutzen die Krähen es, was später von den Ameisen verzehrt wird. König Janos war beeindruckt von der Antwort des jungen Mädchens. Es ist wahr, was du sagst. Fleisch hat einen sehr leckeren Geschmack. Hier ist eine Belohnung für deine Antwort. Und so ging das Mädchen glücklich zurück. Das zweite Mädchen wurde gerufen und sie kam langsam und schüchtern herein. Hallo, mein Kind. Hallo, Eure Hoheit. Warum wurde ich gerufen? Gestern Abend, als du deinen Freunden sagtest, dass der Geschmack von Milch der Beste ist. Was meintest du da? Oh, mein Herr. Leute verschlingen alle Dinge, die aus Milch gemacht sind, wie Butter, Cremes und Süßigkeiten. Es sind fantastische Köstlichkeiten. Der Geschmack ist in der Tat der Beste. Obwohl ich ihn noch nie probiert habe. Was? Nun, Sie sehen, ich bin allergisch gegen Milchprodukte. Ich sage das nur, was mir aufgefallen ist. Der König war sehr überrascht. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber ja, Milch und all die daraus hergestellten Dinge schmecken wirklich fantastisch. Der König war mit ihrer Antwort sehr zufrieden und schickte sie mit einem Geschenk weg. Das dritte Mädchen wurde in den Raum gerufen und sie kam glücklich herein. Hallo, Eure Hoheit. Hallo. Ich habe dich hergerufen, um mehr über dein Gespräch mit deinen Freundin gestern Abend zu erfahren. Aber Eure Hoheit. Ich habe nichts Gemeines über sie gesagt. Klar, ich weiß, das hast du nicht getan. Ich meinte nur, ich hätte dich über den Geschmack von Liebe sprechen hören. Oh, das. Nun ja, ich habe gesagt, dass der Geschmack der Liebe der süßeste ist. Das finde ich ziemlich lustig. Wie kommst du da drauf? Nun, meine Eltern finden immer Glück in der Liebe und des Anderen. Einmal sah ich einen Reh, die mit ihrem Kitz kuschelte. Da war ich mir wirklich sicher, Liebe muss wirklich sehr süß sein. Was für eine schöne Antwort. Du hast absolut recht. Liebe hat in der Tat einen sehr süßen Geschmack. Der König gab ihr ein Geschenk und sie ging sehr zufrieden weg. Schließlich war Darla an der Reihe. Guten Tag, Eure Hoheit. Sie haben nach mir gerufen. Guten Tag auch an dich. Ich habe dich gerufen, weil ich wissen wollte, was du gestern Abend mit deinen Freundinnen besprochen hast. Es war nichts Schlechtes über sie. Das kann ich Ihnen versichern. Das weiß ich schon. Aber ich wollte wissen, was du meintest, als du sagtest, der Geschmack des Verstandes ist der Beste. Wissen Sie denn nicht? Der Geschmack des Verstandes ist vorzüglich. Besonders, wenn er probiert wird, wenn jemand lügt. Na, dann würde niemand diesen Geschmack während eines Gesprächs mit mir verspüren. Ich erzähle niemals Lügen. Ist das wirklich so? Ich denke, selbst eine Person, die noch nie gelogen hat, kann dies definitiv eines Tages tun. Unterstellst du mir, deinem König, dass ich eines Tages lügen werde? Eure, eure Hoheit, geben Sie mir 400 Goldmünzen und sechs Monate und ich werde Ihnen beweisen, dass sie es werden. Der König war sehr fasziniert, gab ihr, was sie wollte und wartete geduldig die nächsten sechs Monate. Nachdem die vergangen waren, rief der König Darla in seinen Palast. Erinnerst du dich noch an dein Versprechen von vor sechs Monaten? Das tue ich. Bitte kommen Sie in mein Haus und ich werde Ihnen etwas sehr Verblüffendes zeigen. Der König war neugierig und ging mit seinen Ministern zu Dalas Haus. Mit dem Geld hatte Darla ein riesiges und wunderschönes Haus gebaut. Eure Majestät, in diesem Haus gibt es einen besonderen Raum, in dem nur eine Person, die ein freundliches Herz hat, eine Fee sehen kann. Warum schauen Sie nicht selbst? König Janos war total schockiert. Er wollte hineingehen, war aber etwas zögerlich. Oh, ähm, nun, warum gehen meine Minister nicht zuerst rein? Ich bin sicher, Sie würden gerne eine Fee sehen. Die Minister stimmten zu und der Erste ging in den Raum. Wow, ich werde eine Fee sehen? Das ist so beeindruckend. Aber nach einiger Zeit sah der Minister niemanden und so begann er sich bald schon Sorgen zu machen. Wie kann ich bloß rausgehen und Ihnen sagen, dass ich keine Fee gesehen habe? Sie werden mich für eine böse Seele halten. Also ging der Minister aus dem Zimmer und begann alle zu belügen. Und? Haben Sie die Fee gesehen? Das habe ich. Aber ich war zu nervös, um mit ihr zu sprechen. Nun gut, jetzt bin ich an der Reihe. Und so ging der zweite Minister hinein. Jeder weiß, dass ich der Netteste bin, den es gibt. Ich werde die Fee sicher sehen. Aber auch dieses Mal, als bereits Minuten vergangen waren, erschien dem unglücklichen Minister niemand. Als er das Zimmer verließ, waren sowohl der König als auch der erste Minister sehr neugierig. Und? Haben Sie die Fee auch gesehen? Was haben Sie von ihr gehalten? Ja, es war eine interessante Begegnung. Jetzt war der King sehr zuversichtlich, die Fee zu sehen. Er ging ins Zimmer und wartete dort geduldig. Ich bin ein sehr freundlicher König zu meinen Untertanen. Sicher werde ich die Fee sehen können. Er sah sich eifrig um und wartete darauf, seine Augen auf das magische Wesen zu richten. Aber als keine Fee auftauchte, fühlte er sich unwohl. Ich denke, es sollte nicht zu lange dauern. Was ist, wenn ich kein freundlicher König bin? Niemand soll das erfahren. Darla wartete gespannt auf den König und sie war begeistert, als sie ihn herauskommen sah. Nun, haben Sie die Fee gesehen? Ich sah sie. Es war wirklich ein unglaubliches Gefühl, mit einer Fee sprechen zu können. Also, Sie haben sie tatsächlich gesehen? Ja, und auch mit ihr gesprochen? Wirklich? Und dann erinnert er sich an Darlas Herausforderung, dass er eines Tages lügen würde. Der König lachte lautstark und gestand, dass er keine Fee gesehen hatte. Die beiden Minister waren schockiert, gestanden aber auch dasselbe. Der König lächelte Darla an. Du bist ein schlaues Köpfchen, mir so einen Streich zu spielen. Es ist ein menschlicher Instinkt, in Schwierigkeiten zu lügen, wenn man sich in einer unangenehmen Situation befindet. Das heißt aber nicht, dass Sie es sollten. Ich weiß. Ich werde nie wieder lügen, Darla. Ich wäre so glücklich, wenn du meine Frau wärst und mir hilfst, mein Königreich zu führen. Sie nahm seinen Antrag gern an. Auch sie hatte sich in den lustigen König Janus verliebt und die beiden waren bald verheiratet. Und so erkannte der König, dass der Geschmack des Verstandes stärker war als jede Lüge. Er traf die sehr weise Entscheidung, nie wieder zu lügen. Letztlich sollte eine Lüge, egal wie groß oder klein, niemals gesagt werden.